Test, Test, Anal-Baron Mal gucken, was heute kommt. Wir haben wieder zwei Player-Picks, wir haben einen 3er-Set und wir haben einen dicken Analschmerz. Was soll ich sagen, Leute? Wir starten jetzt rein mit unseren Player-Picks. Jetzt kommen zuerst meine Rewards, danach kommen die von Stefan. Schauen wir da mal rein, dann würde ich sagen, let's go! Okay, wir starten rein. Wir machen zwei R3-Picks, wie immer. 3, 2, 1, boom! So, der erste Player-Pick, den wir haben, ist der... Jawohl, Manuel Neuer. Habe ich bei jedem gesehen, der Weekend-Link gespielt hat. Immer sogar an erster Stelle, denn der Torwart steht als erstes da hinten. Jawohl! Neuer und Raum. Raum von Geist und Zeit. Beste! Hey! Genau die drei habe ich bei jedem gesehen, Alter. Kostic, Neuer und Raum. Wer fehlt denn jetzt noch? Hey! So eine geile Auswahl, Alter. Ich weiß gar nicht, wen ich nehmen soll. So, und jetzt kommt der zweite Pick, Digga. Wenn jetzt wieder als erste Stelle ein Kunku... Ach, ein Kunku sei ich schon. Komm, gönn, gönn. 3, 2, 1. Komm, wieder Neuer! Hey, es ist wieder Raum, Alter! Ist das geil, ey! Ey, ich komm nicht klar, Leute. Ich komm nicht klar, ne? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Komm, jetzt als zweites wollen wir doch den Frimpong oder Neuer sehen, oder? Ja? Ey, der Kostic, stimmt. Den haben wir voll vergessen. Den Kostic haben wir vergessen. Aber jetzt kommt noch Frimpong hinterher. Ey! Sogar richtig predicted! Wie geil ist das? Ich krieg zweimal dieselbe Auswahl hintereinander. Und jetzt noch der Neuer. Manuel! Manuel! Wir wollen dich! Ey, Diaby! Wow! Das ist ja unglaublich, ey. Boah, Diaby, ey. So ein geiler Spieler. Was ist der Wert? 140k oder so, ne? Ey, ist das schön, ey. So, und jetzt kommen unser 100, unser 125 und das 3er Bundesliga- und EFL-Totts-3-Spieler-Pack. Komm, erstmal 100k-Pack. Wir holen uns erstmal zweimal keinen Walkout ab. Zweimal kein Walkout. Da ist der Erste. Ist das geil, Kramaric! Jawohl! Bundesliga-Totts wird sie in Kramaric. Yeah! Ist das geil, ey! So, komm, jetzt back-to-back kein Walkout. Komm, back-to-back kein Walkout. Komm! Back-to-back kein Walkout! Da sehe ich mich! Bitte! Ja! Oh! Ronaldo! Ja, es ist der Beißer. Es ist Suarez. Und noch Palois. Palois. Palois haben wir bekommen, ey. Was ist der Wert? 5k, 9,5k? Super. Das ist das letzte Pack, was jetzt nochmal retten kann. Mit einem Kunku, einem Bellingham, einem Kimmich. Ich würde sogar... Ey, wenn ich aus dem Pack 400k oder mehr mitmache, ich wäre zufrieden. So, komm. Wir gehen einfach rein. Komm. Ein paar Läuse auf dem Kopf. Let's go. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Guck jetzt. Bam. Ja. Ja. Davis. Ist okay, oder? Ist eigentlich okay. Der ist doch was der Wert, Digga. Der ist doch 200k Lockerwert, oder? Ist das okay? Davis kostet... 280k. Okay. Ist okay. Ist okay. Oh, es kann noch N-Dicker drin sein. N-Dicker und Diaby dahinter wäre Traum. Ja, okay. War gar nicht mal so verkehrt. Guck jetzt. Was ist dahinter? N-Dicker. Ah. Ja, okay, okay. Ja, das waren meine Packs. Immerhin hat das Dreier-Set ein bisschen gegönnt. Immerhin ein bisschen. GG's, Leute. Viel Spaß mit Stephans Rewards. B***es lecken. Tschüss. Analschmerz. Ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, wenn wir hier vielleicht mit 300k rausgehen. Da würde ich schon mitnehmen. Ich erwarte jetzt hier keinen Kunku, keinen Bellingham. Aber so 300k wären auf jeden Fall nice. EA Sports. Good. EA Sports. EA Sports. Come on. Wow, let's go. Das ist Davis. Nehmen wir mit? Jetzt könnte nicht mehr viel drin sein. Vielleicht noch ein Frimpon. Raum. Scheiße. Aber gut. Haben wir erreicht unser Ziel. Also Davis kostet 270k. Frimpon. Ja, 40k. Und Raum. 45k. Ich hoffe, Annie hat vielleicht heute mal ein bisschen was Besseres gezogen. Und ja, dann war es das soweit von diesen Rewards. Wir sehen uns nächste Woche natürlich dann zu Serie A wieder, ne? Meine Serie A. Ja, Serie A. Und Serie dann. Wir sehen uns. Bis dann. Haut rein. Ciao. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020